Uber-Porn. Uber-Porn. Ich habe jetzt in Köln gesehen, dass Uber in Deutschland angekommen ist. Wie lange sind sie gefahren? Das war witzig. Der war gut, mein Freund. Wow. 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 Hallo beim Zylonen-Sender. Heute sind wir fast alle da, bis auf den Mario. Leider, das im PC kaputt gegangen ist. Deswegen begrüße ich zuerst den Phil. Ich bin sehr stolz auf dich, Tim. Du hast es endlich mal geschafft, nicht jetzt einfach zuerst den Mario zu begrüßen. Trotzdem habe ich ihn zuerst genannt. Ja. Und den Ben begrüße ich auch. Hallo. Und den Phil begrüße ich auch. Nein, den Jan begrüße ich. Okay. Wir loben ihn. Sieh das zurück, bis der Wille grün geschlossen wird. Am Ende. Am Ende, ja. Guck mal, Mama freihändig. Ja, hallo. Schon liegst du. Ja, ich bin auch noch da. Nicht Mario, sondern Jan. Ja, Jan, Ben und Phil. Und Tim. Genau. Wir sind fast vollständig. Ja. Denn Maddins PC ist kaputt. Oder Wario, wie ich zuletzt sagte. Der böse Mario. Der böse Mario. Gut. Oder nicht gut. Ich hoffe, vielleicht klappt es ja noch. Mal gucken. Aber es sieht nicht so aus, weil es ist kein Lebenszeichen im Chat mehr in Sicht von Mario. Nein. Wir haben ihn verloren. Tja. Vielleicht war es auch eine Lüge. Vielleicht war es auch eine Lüge. Ja, vielleicht hat er einfach keine Lust zu. Gerade in Deutschland ein. Mein PC ist kaputt. Mit Uber. Alle denken, er ist zu Hause und er fällt in Deutschland ein. Bestimmt. Ja. Wie geht es euch? Ja, ja, ja. Anstrengend. Geht so, ne? Es sind noch sechs Wochen bis Weihnachten an diesem Aufnahmetermin. Ja. Echt? Wenn man es so sagt, hört es sich scheiße an. Oh Gott, das stimmt. Tatsächlich. Das ist ja nicht mal übertrieben. Ist ja schon fast Advent. Ja, noch zwei Wochen bis zum Advent. Das ist alles ganz falsch, weil wir sind heute ungefähr Anfang Dezember. Der erste Advent war schon lange. Ach ja, richtig. Und deswegen komme ich gleich zum Thema Hausmeisterei. Manche Podcasts nennen das Hausmeisterei, wenn man ab und zu solche Meta-Dinge bespricht, die keiner hören will. Wir nennen es Facility Management. Sehr gut, genau. Kommen wir zum Facility Management. Wer ist denn hier der Facility Manager? Ja, du hast einen Doktor, du bist Facility Manager. Ja, du darfst mich Doktor nennen. Ich mich selber noch nicht. Ach so. Warum darf ich das dann nennen? Weil die verkackte Uni immer noch nicht das Diplom zugeschickt hat. Oder die Urkunde oder wie man es auch immer nennt. Aha. Aber sie kommen langsam in die Füße. Dann Hausmeister Jan. Ja, wir wollten dieses Jahr erneut beim Pottwichteln teilnehmen. Leider macht das eine Pause, aber es hält uns nicht davon ab, besinnungslos besinnlich zu werden. Und wir machen eine Weihnachtsfolge. Ja, und da müssen wir gerade kurz einen Kommentar vorlesen, der uns erreicht hat. Das habe ich hier mal vorbereitet. Und zwar war das ein Twitter-Kommentar von AdLaufer Podcast. Das nenne ich jetzt hier einfach mal so, weil Twitter ist ja öffentlich. Ich glaube, es soll eigentlich Läufer heißen. Und ich glaube, es ist auch eine Läuferin. Wenn ich das mal so richtig sehe auf der Seite. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da steht, mein Wunsch für die Weihnachtsepisode Indiana Jones oder die 50, das habe ich nicht verstanden, 50 von 10, 50 Zehntel, keine Ahnung, 50 oder 10 besten Filme von Harrison Ford. Hm, ja, also. Ja, die 50 durch 10 wären die 5 besten. Genau, das machen wir. Stimmt, ja. Ja, also, das können wir jetzt natürlich nicht zusagen, aber ich sage mal. Das klingt doch weihnachtlich. Soll das der Partner sein? Nein, das war. Das war der dritte Teil vom Raiders Marsch. Also ich dachte, die Abspannmusik von Captain Kirk. Das wäre so geil, wenn wir jetzt einfach nur Filme mit Robert De Niro machen. Das hat man wohl gehört, was das war, oder? Jetzt könntest du es nochmal einspielen. Ich glaube, er will ein Date mit uns. Endlich der Partner. Wir reden über Indie-Musik. Ja, Indie. Meinst du nicht, wir könnten auch über Indie-Filme reden? Ja, ich bin wirklich beeindruckt. Ja, also der Part, wir könnten, vielleicht unter Umständen könnten wir das aufgreifen. Mal gucken, ob das noch klappt. Also der Punkt ist der, heute ist ja schon Anfang Dezember und da könnte noch eine Folge kommen. Vielleicht kommt die dann noch auf den Impulssender. Wir würden aber dann natürlich trotzdem auf dem Zahlensender Werbung dafür machen. Zulonensender. Zahlensender und Zulonensender Werbung dafür machen. Ja, das müssen wir noch gucken. Ansonsten wird es dann dieses Jahr keine Folge mehr geben, denn ich muss ja umziehen und ich gehe davon aus, dass ich so vier bis acht Monate erstmal kein Internet habe. Mal gucken, wie das klappt. Angeblich soll das am gleichen Tag umgeschaltet werden, wie ich umziehe dann sofort. Bis jetzt habe ich noch keine Bestätigung auf meinen Anruf bekommen. Sehr gut. Und das ist ja meistens so, dass da überhaupt nichts klappt bei diesen, egal wen man nimmt, bei diesen Firmen, wenn man da irgendwas versucht und sich drauf verlässt. Deswegen gehe ich davon aus, es klappt nicht. Mein Vater hat auf seine eigenen Kosten da einen Witz mit der Telekom gerissen, als ihm das so ging. Der Typ, mit dem er da gesprochen hatte, hat gemeint so, ja, ja, die und die Daten, mit denen er das dann aktivieren kann, die kriegt er dann auf sein Mobiltelefon geschickt. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, wohl wissend, dass er sowas nicht besitzt, einfach nur um denen zu zeigen, dass im Prozess was nicht stimmt. Aber dann war das Telefonat vorbei, sein Anschluss war weg. Und dann hat wahrscheinlich jemand bei der Telekom gelegt, hm, da ist gar keine Mobilnummer hinterlegt. Kontaktieren, oh. Also er hat's ihm gezeigt, aber war jetzt, also ich hätt's nicht durchgezogen. Ich wette, er telefoniert auch nicht gern. So, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, soviel zur letzten Folge dieses Jahr und vielleicht noch einer Weihnachtsfolge. Bestimmt klappt das. Ich find's toll, dass wir diesen Vorschlag bekommen haben. Finde ich auch super, weil wir hatten nämlich tatsächlich, waren sehr down, weil wir nicht beim Pottwichteln mitmachen können. Jetzt machen wir unser eigenes Pottwichteln. Mit Blackjack und Notten. Genau. Und Indie-Musik. Und Indie-Musik. Also eigentlich musst du während des Podcasts überhaupt nichts erzählen, Tim. Du musst die ganze Zeit nur vor dich hin summen. Na, na, na. Genau, wir können auch was über den Soundtrack dann erzählen. So. Ja, na, na, na. Soviel dazu, wenn's denn wirklich, wenn's denn wirklich wird. Ich kündige sowas ja sehr ungerne an, weil dann, der klappt's dann nicht und alle sind enttäuscht, alle drei Hörer. Und dann, äh, klappt das nicht. So, kommen wir zum nächsten Thema. Auch noch Hausmeisterei. Wir hatten mal irgendwann darüber gesprochen, dass es eine neue Ronald-Demur-Serie gibt auf diesem neuen Apple-Sender, die da heißen sollte For All Mankind. Da war die Prämisse, dass die Sowjets das Race to the Moon gewonnen haben und was sich daraus entwickelt. Und die ist jetzt da. Ich hab die ersten vier Folgen angeguckt und es ist ganz anders, als ich gedacht hatte, weil als wir hier drüber gesprochen hatten, ähm, hatte auch Ben, glaub ich, sowas gesagt wie, das geht dann um die Besiedlung des Universums und so weiter. Nee, der, 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 der Sonnensystems und so weiter. Ähm, und ich hatte gedacht, das spielt in der Zukunft, nur mit der Prämisse, dass die Sowjets damals das Race to the Moon gewonnen haben. Aber es spielt genau 1969. Also das, die erste Folge ist tatsächlich das, dass sie das, ähm, dass die Sowjets vorher sind. Und dann geht es eben so weiter, wie, ähm, die USA damit umgeht. Und dann, dann schicken sie halt Neil Armstrong und so weiter, ähm, ein Jahr später oder ein paar Monate später hinterher. Und einen Tag, bevor sie die, bevor die dann auf den Mond kommen, äh, zeigt, zeigt es ihnen dann, äh, Russland gleich nochmal, indem sie etwas machen, ähm, womit die Amerikaner nie gerechnet haben. Und wo, 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 wo sie auch jetzt keine Chance haben, das hinterher zu machen. Das ist alles sehr, sehr interessant. Also ich fand die Serie, die ersten vier Folgen ganz, ganz gut. Dauert eine eine Stunde. Und da spielt Penny mit von Lost. Wir kennen sie alle. Und ich hab jetzt seinen Namen vergessen. Der Hauptdarsteller ist der von Altered Carbon. Falls das noch jemand kennt. Ja. Ne, sagt mir nicht. Heißt der Kinnaman oder so? Joel? Was kann sein? Kinnaman? Ja, genau. Der ist es. Der auch der Hauptdarsteller in Altered Carbon war. Der spielt einen von den Astronauten. Joel Kinnaman. Ich glaub, der hat auch den neuen Robocop gespielt. Ach, der spielt, äh, Edward Baldwin. Wer immer das. Das ist wohl einer von den Astronauten. Ich denke mal, den hat's auch wirklich gegeben. Weil die anderen, da spielen halt auch Egon Kranz mit. Dieser, dieser Operator da, den man, den Ed Harris in Apollo 13 gespielt hat. Und Werner von Braun. Also, alle, die irgendwie am Apollo-Programm da beteiligt waren. Ist sehr langsam erzählt, muss man auch sagen. Aber ich find's ganz gut. Also, es ist jetzt keine Serie, die jetzt davon lebt, dass da die ganze Zeit irgendwelche großartigen Wendungen kommen oder sowas. Aber ich fand's ganz gut. Edward Baldwin, 4th, 4th Earl Baldwin of Bootley. Klingt jetzt nach Monty Python. British Educator and Crossbench Elected Hereditary Peer in the House of Lords. Also, der ist es schon mal nicht. Ich glaub auch, der ist es schon mal nicht. Gut, wollte ich nur sagen, ähm, um das Thema abzuschließen, kann man sich angucken, wenn man mal 4,99 Euro bezahlen will. Ah, ich dachte, du kommst jetzt, das wird die Zukunft des Zylonsenders. Ja, das glaub ich nicht. Es gibt ja bis jetzt nur 4 Folgen und ich glaub, es soll jetzt erst mal nur 7 geben oder 10, keine Ahnung, wie viel da die sind. Wir machen ja eh eher ältere Serien. Genau. So wie wir. So wie wir. Ja, ich hab jetzt gesehen, auf Netflix läuft jetzt, es war einmal das Leben. Nein, ich meine ältere Semester, so wie wir. Ach so. Stimmt, aber das, ja. Das kennt ja außer uns keiner. Sollte jeder mal gesehen haben. Ja. Auf jeden Fall. Ich hab so viel, so viel gelernt durch diese Serien. Dann, hat noch jemand was zur Hausmeisterei? Zum Facility Management. Dr. Dr. Hausmeister. Sorry, Dr. Manager. Das Traurige ist, als Akademiker könnte mir es ja wirklich passieren. Tja. Haben sie gefegen irgendwo gelernt hier an der Uni? Gut, also nicht mehr. Nee, nee. Mir fällt nicht mehr ein. Wir können, wir können wirklich zum Thema kommen. In medias res, wie der Lateiner sagt. Butterbeider Fischer. Wie der Pottlasser. Vor allem der Pottlasser. Pottlasser. Hat das was mit Podcasts zu tun? Ja. Ja, ja, genau. Meinte ich dir. Tim, du bist einfach so. Oh Gott, meine Freundin hatte letztens so eine tolle Idee für einen Podcast. Hatte irgendwas mit, äh. Ah ja, Potsau. Okay. Potsau, der Kulturpodcast über den Ruhrpott. Irgendwie sowas. Ach nee, Potthässlich war es. Genau, Potthässlich. Der Oberhausen-Duisburg-Gelsenkirchen-Podcast. Hoffentlich hört uns niemand, weil eigentlich, also Ruhrpott, jetzt muss ich mal was sagen, falls jemand aus dem Ruhrpott zuhört. Ich glaube, die Gefahr ist relativ überschaubar. Dass uns jemand aus Deutschland zuhört. Dass uns überhaupt jemand zuhört. Falls Florian aus dem Ruhrpott kommt, ich mag den Ruhrpott für seine Menschen. Nein, ich glaube, Florian kommt aus Köln. Nicht für seine Gebäude. Er ist ein Rheinländer, ein guter Rheinländer. Ja, im Rheinland sind wir alle Brüder. Ich bin am 11.11. ja von Köln zurück nach Zürich gefahren. Und in Köln bin ich sehr, sehr froh, da ich recht schnell auf den Bahnsteig und in den Zug kam. Dann komme ich in Zürich an. Das Erste, was auf dem Bahnsteig steht, ist eine Karnevalskapelle. Vielleicht ist die ein bisschen falsch eingeschieben. Du hast fünf Stunden steigst aus und eine Trompete trötet dir What is Love ins Gesicht. Hatten die einen E-Scouter dabei? Dürfen die nicht mehr den Zug? In der Schweiz kannst du das bestimmt. Die brauchen hier keine Nummernschilder. Aber die SBB ist so pünktlich, da brauchst du keine E-Scooter. Okay. Okay, okay, okay. Sine Qua Non. So heißt der deutsche und englische Titel, eigentlich der lateinische von, wäre auch mal interessant, wenn die eine Folge auf Lateinisch machen würden, der lateinische Titel von der neuen Folge. Staffel 4, Episode 8. Righty. Die Autoren sind, es gibt nur einen Autor diesmal, das ist Michael Taylor. Und der Regisseur ist Rod Hardy. Nicht zu verwechseln mit Tom Hardy. Nicht wahr, Phil? Tja, also wie, 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 wie sollte das denn passieren? Weiß nicht, ihr beide seid so ein ikonisches Duo, du Tom Hardy. Ja, aber du kannst doch nicht irgendjemanden mit Tom Hardy verwechseln, das geht ja gern. Ja, also Michael Taylor übrigens auch bekannt durch Star Trek schon, Star Trek Deep Space Nine. Und Voyager und Rod Hardy bekannt aus Akte X. Jack, Jack. Akte X. Ja. Ihr könnt also auch lesen. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Aber Battista Galactica, der hat sogar mehrere Folgen geschrieben. Michael Taylor auch. Ja, aber jetzt war ich bei Rod Hardy. Achso. Immer zwei pro Staffel ungefähr. Der hat ja die Regie gemacht. Ach ja, sorry. Der hat mehrere geführt. Regisseuriert. 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 Regiert könnte man sagen. Regiert. Oh, das ist ein gutes Stichwort. Für diese Folge. Hast du Ambitionen? Achso. Dann... Nee, es wird gewählt. Es wird ernannt. Richtig, richtig, richtig. Dann könnten wir jetzt gleich deine goldene Brücke nutzen und du machst die Zusammenfassung. Genau. Denn wer soll über die 39.674 Überlebenden herrschen? Jetzt, wo Laura Roslin letzte Folge mit einem, dem zylonischen Basisstern irgendwo hingesprungen ist. Das ist ja passiert und die Mitglieder des Zwölferrates haben keine Ahnung darüber. Die wollen aber gern wissen, wohin es geht. Tom Sarek sagt, keine Ahnung, wir ermitteln in alle Richtungen. Ich habe den Admiral versucht zu erreichen, aber der geht nicht ans Telefon. In alle Richtungen ist er wirklich lustig, fällt mir jetzt erst auf. Warum? Ja, weil die doch weggeprungen. Achso. Ja. Aber während halt seine eigentliche Vorgesetzte, beziehungsweise er ist ja nur Vize, weg ist, möchte er gerne, also wird er, oder möchte er den Posten antreten, Präsident werden und alle sagen, warum nicht? Nur Lee Adama sagt, nee, findet er nicht geil. Ende vom Lied ist dann irgendwann, dass Romo den jungen Lee Adama vorschlägt und der sagt, jo, mache ich, beziehungsweise die Leute aus dem Quorum sagen dann okay und der junge Lee Adama wird Admiral. Währenddessen ist der alte Adama, nee, der wird Präsident, Admiral wird jemand anderes, nämlich Tai, weil der alte Adama so traurig ist über das Wegspringen von Roslin, dass er einfach mal mit dem gesamten Basisstern hinterher springt, die finden Überreste, er sagt, no, das ist aber nicht, nee, die springen mit dem Kampfstern hinterher, finden Überreste einer Schlacht, eines Basissterns, einiger Raptors, er sagt, ah, das ist aber nicht unsere Basisstern, wir springen zurück zur Flotte, ihr fliegt irgendwo hin weiter und ich bleib hier in einem Raptor und irgendwer muss die Flotte weiterführen und weil Tai das schon mal so toll gemacht hat, darfst du noch mal versuchen. Genau das sagt Tai. Und außerdem hat der Caprica 6 geschwängert und muss jetzt Vaterrolle ausüben. Also nicht der alte Adama, sondern Tai, denn das kommt ja raus. Nee, noch kommt das Kind nicht raus. Nee, aber es kommt raus, dass er sie geschwängert hat. Ach so. Und dann sind... Ja, naja, eigentlich finde ich das auch gar nicht. Was? Es kommt raus, dass sie schwanger ist. Mehr kommt eigentlich gar nicht raus. Kommt nicht raus, dass er sie geschwängert hat? Nö, finde ich nicht. Also ich hatte jetzt die Vermutung, also für mich hat es den Eindruck so gemacht und ich war ganz erstaunt, weil das wäre ja die Antwort auf die Frage, können Zylonen sich fortpflanzen? Wenn die jetzt nicht schon geklärt wäre, dann wäre das ja... Ja, aber unter sich, unter sich, weißt du? Ach so. Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ja, ich habe nicht dran gedacht. Ja, habe ich was vergessen? Bestimmt. Die Katze ist tot. Ja, da muss ich nachher noch was zu sagen, weil Ben hat mich ja völlig falsch vorgebracht. Aber du bist immer noch in der Zusammenfassung. Und irgendein Raptor ist auch, ein Raptor-Pilot ist auch tot. Ich habe den Namen, aber wir vergessen. Ja, das ist hier euer spezieller Freund von dem Abwasserschiff. Ach, der kleine Spritzer. Der keine Hände mehr hat. Ja, genau der. Was? Hat er keine Hände mehr? Ja, genau. Ach nee, Moment, das habe ich jetzt mit dem Thylium-Schiff, mit dem Raffinerie-Schiff verwechselt. Nee, das ist der Pilot, der hier ausgetickt ist quasi. Der eine dann, ja. Gonzo, genau, so heißt er. Der eine gekriegt hat. Ach ja, und die Sechs ist gestorben auf der Krankenstation. Genau, die angeschossen wurde von Essina. Genau. Ja, dann muss ich jetzt gerade mal sagen, bevor wir einsteigen in die Folge. Ich hatte in der Folge mit Romo Lemkin, der kommt ja jetzt erstmal wieder seit vier oder fünf Folgen zum ersten Mal wieder vor. Ich hatte in der Folge mit Romo Lemkin die ganze Zeit gesagt und im Hinterkopf, dass doch irgendwas komisches mit seiner Katze wäre. Und Ben hat die ganze Zeit gesagt, nö, 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 alles in Ordnung mit der Katze. Und jetzt weiß ich, ich bezog mich auf diese Folge hier. Ah. Ja. Weil hier ist definitiv was mit der Katze. Nö, nö, alles in Ordnung mit der Katze. Romo Lemkin war die ganze Zeit schon tot. Ja. Ja, aber, also, die Katze wird ja gezeigt, aber nur er bildet die sich ein, oder? Genau. Und das war das, was ich irgendwie noch im Hinterkopf hatte. Damals war die natürlich noch nicht tot, weil sonst wüsste ja Lee gar nicht, dass sie die Katze hat. Aber jetzt ist sie, seit ihr offensichtlich hier in dieser Wohnung mit Aussicht wohnt, ist die Katze scheinbar, äh, ne, er sagt ja nachher sogar, sie hat irgendwie jemand vergiftet oder erschlagen oder was weiß ich. Genau, die, die, die Zivilisten haben sie umgebracht. Ja. Und er, äh, hängt aber so an der Katze, dass er sich immer noch mit ihr unterhält. Ja, weil es die einzige Verbindung zu seiner Familie ist. Ja, genau. Denn seine Frau sowie zwei Kinder, zwei Töchter, hat er ja auf dem Planeten zurückgelassen, als die Bomben fielen und er hat sich, äh, aufs Shuttle aufgemacht. Genau, weil er sich entscheiden musste, geht er jetzt heim oder bleibt er da, wo er ist und fliegt damit weg. Ja, oder bleibt er am Leben oder stirbt er. Ja. Aber das passiert ganz am Ende. Das haben wir jetzt aber schon geklärt damit. Total. Ja, macht ja nichts. Und, äh, die Katze ist abgehakt. Die Katze ist abgehakt. Abgehakt. Wie geht's denn nochmal los? Geht's denn tatsächlich mit dem Zwölferrad los? Nee, ich glaub, es geht mit der, mit der angeschossenen Sex los. Ja, ja, die wird, äh, mit eins, zwei, oder auf drei, sagt, sagt Kotel, und dann eins, zwei, drei und rüber. Und dann operiert er. Mhm. Ganz professionell. Und sie hat eine Vision. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil das irgendwie so ein Wandel im, also A, Kotel will, glaub ich, jeden und überall reparieren und versuchen, das Leben zu retten. Aber die ernsthafte Bemühung, wirklich dem, der Zölonen das Leben zu retten, hätte es vor zwei Staffeln noch nicht gegeben. Glaub ich. Ja, du widersprichst dir ja gerade so ein bisschen selbst. Also, wieso? Weil ich sagte, Kotel würde es immer machen. Nee, aber es gibt ja noch andere Leute, die da drum stehen. Ja, also ich glaub, die Aktion von, der, nein, nicht Aktion, die Reaktion von, von Adama, find ich, find ich, zeigt auch eine Entwicklung, die der durchgemacht hat. Also, wie, wie stinkig der mit Athena ist, was sie damit alles irgendwie aufs Spiel gesetzt hat und, also der hätte, der hätte am Anfang der Serie wahrscheinlich gesagt, so. Naja. Eine mehr oder weniger. Ja, aber es geht ja da tatsächlich nicht, du hast ja auch gesagt, sie hat ja damit alles mögliche aufs Spiel gesetzt, es geht ihm ja vielleicht gar nicht so sehr um die Person. Das wäre Adama, aber glaube ich, am Anfang der Serie noch, wäre der eher trotzdem so nach dem, nach dem Mottoverfahren, jeder Tote Zölonen ist ein guter Zölonen. Wenn seine Präsidentin weggesprungen wäre und unklar wäre. Da war ihm ja, da am Anfang auch noch nicht so, da war der ja auch einfach eher noch, da war der doch noch auf dem, auf dem Rache-Trip, wir müssen Krieg führen. Ja, okay, aber. Dann heißt es auf jeden Fall, es gibt eine Entwicklung, entweder die Zuneigung zur Präsidentin oder dass er mehr Respekt gegenüber den Zölonen hat. Beziehungsweise nur diesen Zölonen, die ja quasi die temporären Verbündeten sind. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, aber sie stirbt. Sie halluziniert noch ein bisschen von irgendeinem Wald oder so und dann, äh, wird es hell. Hört man keinen Herzlok mehr. Und Adama schmeißt, ähm, Athena in die Brick. Ja, ohne ihre Tochter. Ohne ihre Tochter. Erstmal. Ja. Spoiler. Und dann kommt der Zwölferrat. Ah ja. Und die sind auch natürlich alle ganz verwundert. Verwurrt. Ich kann sie denn tun weg. Verwirrt, wollte ich sagen. Und fassungslos. Oder ich würde sogar fast sagen, sie irren kopflos umher. Ja, außer einer. Tom Zarek will ja direkt die Gunst der Stunde nutzen. Ich meine, eigentlich hat er ja auch recht. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr formuliert das immer so vorwurfsvoll. Aber ich meine, die Präsidentin ist halt nun mal weg. Ja, genau, das meine ich. Und dann liegt es so in der Natur der Sache, dass er dann die Pflichten des Präsidenten, also genau dafür hast du doch einen Stellvertreter. Ja. Aber. Anscheinend entscheidet das ja nicht die Politik, sondern der Admiral. Na ja, sagen wir mal so, er darf ja Stellvertreter bleiben. Genau. Sie machen einfach nur schnell einen neuen Präsidenten. Sie machen Ihre Arbeit so gut, Mr. Zarek. Sind Sie sicher, dass Sie... Es wäre mal eine Schande, wenn wir Sie jetzt zum Präsidenten machen würden. Sie sind ein so guter Vizepräsident. Hier, nehmen Sie diesen Hausmeister als Präsidenten. Oh Mann. Futurama. Ja, aber so ist es dann halt. Er wird nicht zum Präsidenten. Oder zum Interimspräsidenten ernannt. Und die ganze Zeit, es passiert ja mehrmals, dass Tai Adama darauf anspricht, dass Zarek wieder angerufen hat. Und Adama geht überhaupt nicht drauf ein. Ja. Aber einer vom Rat fragt dann irgendwann, ob denn Adama Zarek, wie formuliert das denn? Das Vertrauen ausspricht oder sowas. Und dann redet sich Zarek so ein bisschen drumrum und sagt, er kann ihn ja nicht erreichen. Und dann sagt er halt, na gut, dann frage ich seinen Sohn, was sagen Sie? Und dann sagt er so, ähm, äh, ähm, nein. Und dann sind natürlich alle empört, weil, weil, wie sollte eine Regierung ohne das Militär, ohne Unterstützung des Militärs regieren? Ja. Hat doch noch nie nirgendwo funktioniert. Genau. Also, man muss eigentlich davon ausgehen, wir haben hier eigentlich eine Militärdiktatur. Mal wieder. Immer noch. Wurden hier, stimmt, die wurden nie wirklich, äh, wurde sie formell aufgelöst? Sie wurde ja auch nicht formell. Ja, sie wurde auch nicht formell erklärt. Naja, sie wurde einfach nur erklärt, das stimmt. Das ist wie jetzt gerade die, na, oder vor einigen Wochen, die, die Nachrichten da aus, aus, ist das Ecuador? Ich weiß es gerade, Bolivien, Bolivien. Wo irgendwie die Schlagzeilen so waren, Präsident tritt zurück, nachdem er vom Militär dazu aufgefordert wurde. Ja, das war nett. Mittlerweile ist er in Mexiko. Ja. Auch in Asyl. Also, ich glaube, das ist auch so, ohne, dass es formell erklärt wird, dass jetzt... Also, hier ist der Unterschied, dass die, äh, dass die Generäle gerne mit dem Präsidenten von Bolivien schlafen würden. Das ist der Unterschied hier. Ja. Also, dass Adama sich in Roswell verknallt hat. Ach so, ich konnte dem jetzt... Ja, das wollte ich sagen, weil ich hab, ich hab den Eindruck gehabt, dass nur Ben die Transferleistung gemacht hat. Der macht nichts. Das ist auch so... Das ist, glaube ich, zu viel mit mir zu tun. Das kann gut sein. Das ist ein bisschen ein Unterschied zur alten Serie, weil da ist ja, äh, Adama Mitglied des Zwölferrats. Das hatten wir ja auch in dem Pilotfilm gesehen. Also, da ist das, ist da nicht diese Trennung, da ist der tatsächlich nur einer des, des Zwölferrats. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber war das nicht auch schon in dem Film so, den wir geguckt haben, dass der sich im Prinzip auch schon darüber hinweg setzt, wenn er der Meinung ist, das ist richtig. Ja, ich meine, mein Gott, was wollen die anderen machen, ne? Das ist halt das Problem, wenn alle Waffen auf einer Seite sind. Ja. Naja, gut, also ein Marionettenkabinett haben wir hier eigentlich nur. Ja, das merkt man ja auch daran, dass die nie wirklich was sagen, sondern das geht alles immer nur in so einer Kakophonie von das, das darf doch nicht sein, so darf das nicht gehen. Du hast ja nur diese Staffelei am Mikrofon auf diesem überdimensionierten Tisch sitzen, also es kommt ja nie irgendwas rüber bei diesen Meetings, außer jeder streitet sich und alle schreien. Das ist so für mich die Versinnbildlichung, die Leute sind quasi alle egal. Das meinte ich auch so mit Kopflos, weil wenn die Präsidentin da ist, hat sie die halt irgendwie im Griff, aber jetzt alle huuuhu. Ja, und Zarek hat sie halt überhaupt nicht im Griff. Ja. Auch seine Antworten sind ja immer so die, es gibt vereinzelt dann immer eine Person, während es ruhig ist, die sagt irgendetwas oder stellt eine Frage und er sagt, ja, wir verstehen ihre Sorgen, wir sind dabei. Das erinnert mich an die nackte Kanone, wo er vor dem brennenden Haus steht und sagt, es ist alles gut, hier gibt es nichts zu sehen, weiter, weiter. Was wolltest du sagen, Phil? Nein, ist das nicht eigentlich auch ein bisschen in seinem Sinn, dass das jetzt gerade alles so chaotisch und durcheinander ist und dass es jetzt mal Zeit wird, dass er hier offiziell die Aufgaben des Präsidenten übernimmt, um da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen? Ja, aber er merkt ja, keiner hört auf ihn und er kriegt keine Ruhe rein. Ja, aber ich glaube, er versucht das auch gar nicht so. Also ich hatte nicht den Eindruck, als würde der da wirklich versuchen durchzugreifen, sondern als wäre es immer so, ach, ich fange jetzt mal wieder an, so langsam einen halben Satz zu sagen. Aber ja, hier kommt mir ja leider, weil es ist ja alles so durcheinander. Ich glaube, er weiß das halt selbst, dass wenn er, also er hätte die schon im Griff, glaube ich, wenn diese Frage anders beantwortet wäre, ob Adama ihn unterstützt. Also ich glaube schon, dass er das alles so, dass er das alles so laufen lässt. Aber dann, was ist denn dann seine Motivation? Weil wenn es alles von Adama abhängt und Adama ihn nicht unterstützt, dann ist es, warte, warte doch mal. Du bist immer so schnell. Weißt du, wenn Adama ihn nicht unterstützt, aber alles davon abhängt, warum will er dann überhaupt noch was versuchen? Weil, weil der ganze Rat, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig im Zweifelsfall hinter ihm steht. Aber wenn Adama jetzt erstmal wieder ein bisschen Militärdiktatur spielt, dann funktioniert das viel besser. Ah, weil dann merken die, ach, dann wäre es vielleicht unter Sarek doch besser. Ja, weil der hat sich zumindest nicht an die, zumindest nicht an die Macht geputscht, sondern ist ja ganz, ganz regulär dahin gekommen. Ja. Also er sagt ja auch irgendwie, ich bin ein gewählter Vertreter. Ja, genau. Icy. Siehst du, klappt doch gut, wenn man ausredet. Es tut mir leid. Ja, auf der, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Adama kommt doch zurück auf das CIC, nachdem er Athena zusammen gestaucht hat, oder? Genau. Hört dann, dass etwas gefunden wurde. Dass dieser Resurrection Hub verschwunden ist. Oder zumindest, dass er nicht mehr da ist, wo sie ihn erwarten würden. Ah ja, genau, genau. Sie hatten ja die Position von den Rebellen-Sylonen bekommen. Und anscheinend, also wäre schlau, wenn sie da sozusagen einen Spionage-Raptor positioniert haben. Und anscheinend ist das Ding jetzt nicht mehr da. Aber sie finden, und das meinst du, dass etwas gefunden wurde, sie finden ja dann diesen Raptor. Stimmt, der kommt da hingesprungen. Ein bisschen später. Aber erst kommt es ja so als Ursache für Romos Auftreten später zusammen mit dem alten Mann. Wollen die ja mehr, also mit den wenigen Vipern, die sie jetzt noch haben, ist es schwierig, irgendwelche effektiven Verteidigungsformationen zu fliegen. Und deswegen wollen sie die Flotte ja ein bisschen enger zusammenziehen. Was das Risiko mit sich bringt, dass die zivilen Piloten das Ausmaß ihrer Stimme nicht, Schiffe nicht kennen und hier und da ein bisschen andötschen. Und nachher kommt Romo ja deswegen mit ein paar Formularen an Bord der Galaktiker und sagt, einmal bitte hier und hier und hier unterschreiben, dass die Piloten der zivilen Frachtschiffe keinerlei Haftung übernehmen für eventuelle Schäden. Sehr schöne Anwaltsszene. Ja, das war gut. Aber man guckt hier auch so ein bisschen die Augenbrauen hoch. Und das schreibt dann alles. Ja und sie, oder sie ist gut, Adama befiehlt ja dann quasi eine groß angelegte Suchaktion. Weil sie ja davon ausgehen, dass da, wo der Resurrection Hub eben hingesprungen ist, sehr wahrscheinlich auch der Basisstern der Rebellen inklusive Rostlin ist. Und deswegen schickt er ja alle verfügbaren Schiffe, unter anderem auch die zivilen Schiffe oder einige davon, in alle möglichen Richtungen und verbrennt quasi massenhaft Treibstoff währenddessen. Was in der Flotte nicht so gut ankommt. Und Starbuck ist wie der Keck. Du weißt, sonst ist keiner mehr da. Ja, genau. Weil die Hälfte der Schiffe ja und Piloten ja auf dem Basisstern ist. Genau. Das hast du gut erkannt. Dann gibt es noch ein Gespräch zwischen beiden Adamas, die nochmal darüber reden, dass da jetzt Chaos herrscht in der Regierung. Ja, und eigentlich sagt da der Admiral Lee nur, dass er sich drum kümmern soll. Oder? Gibt es da noch irgendwie was anderes? Nö. Nö, eigentlich nicht. Also ich finde es nur witzig, dass er da sagt, kümmer du dich drum, das ist doch nicht mein Job, du bist doch Politiker, aber Zarek Präsident und so, das ist nicht drin. Das soll ich schon. Genau. Aber macht ihr das mal. Genau, macht ihr das mal, aber nicht so. Also, es ruft mich nicht immer an. Haha, genau. Ja, und das sagt Lee dem Intervrims oder dem Zarek einfach. Du meinst jetzt das Gespräch in Zareks oder des Präsidentenbüro? Genau, genau. Wo er ihm sagt, naja, das macht alles so jetzt gerade keinen Sinn. Sollen wir nicht lieber dem Elferrat oder Zwölferrat, dem Quorum die Macht geben, dass sie einfach einen neuen Interimspräsidenten wählen können, weil Rosalind weg ist? Genau, und um den richtigen zu finden, geht er Romo Lampkin aufgesucht. Genau, den wir als Anwalt von Walter kennen und der seitdem auch nicht mehr aufgetreten ist. Ich fand's ein bisschen komisch, warum sie den dafür beauftragen. Vielleicht einfach nur, weil das ein cooler Charakter war und man den nochmal benutzen wollte. Den Eindruck habe ich auch gehabt. Ja. Der kam einfach gut an und dann haben sie sich gedacht, warum nicht? Ja. Ja, aber ist ja auch okay. Also das war ja jetzt auch nicht absurd. Nee. Nö. Also der ist ja letztes Mal nicht irgendwie mit den Zölonen irgendwo hingesprungen und ist jetzt plötzlich wieder aufgetaucht, weil er Heimweh hatte, sondern der stand ja jetzt einfach nur eine Weile nicht mehr im Zentrum der Erzählung. Genau, weil er ein Zimmer mit Aussicht bekommen hat für die Dienste zur Verteidigung von Walter. Ja, und da hat er ja auch gute Arbeit geleistet und einiges aus dem Hut gezaubert und ist, denke ich, schon ein naheliegender Kandidat, Kamerad, wollte ich schon sagen. Aber hauptsächlich wirklich, weil er ein cooler Charakter ist mit der Sonnenbrille und weil er in Firefly mitspielt. Genau, mit einer Melone auf dem Kopf und einer Krawatte ohne Kragen. Badger. Ich fand's am Anfang ein bisschen doof, weil ich mir die ganze Zeit gedacht hatte, es ist doch, es geht doch eh um Apollo. Am Ende wird's Apollo. Ja. Aber ich fand's am Ende gar nicht mehr doof, weil sie damit gespielt haben, dass das natürlich von Anfang an klar war. Also ich fand das, wie das Lampkin aufgelöst hat und genau das erklärt hat, worüber ich mich am Anfang geärgert hatte, fand ich eigentlich dann ganz cool. Mhm. Du meinst, dass sie, am Anfang haben sie ja ganz viele Namen aufgeschrieben und dann einen nach dem anderen weggestrichen. Ich fand das ganz cool, wo sie zu der Käpt'n kam, die ja auch die oberste Richterin, glaube ich, gemacht hat. Ja, ja. Und Lee sagte, ich hab sie gefragt, sie hat überhaupt kein Interesse, in die Politik einzugehen. Und er meinte, boah, jetzt respektiere ich sie noch viel mehr. Dass sie quasi von dieser Namensliste weggehen und zu einer Eigenschaftsliste kommen. Das meinst du? Ich? Ja. Du. Eigentlich meine ich das Ende, wo er alle Namen von der Liste streicht und nur noch den einen hinschreibt. Ja, aufgrund. Ja. Ja. Er schreibt ja oft, die Person muss das haben, die Person muss das haben, die Person muss das haben. Und welche Person hat all dies? Superman. Ja, und das Einzige, was ich da ein bisschen albern dann fand, war, wie lange sie die Kamera so gehalten haben, dass du nicht siehst, welchen Namen der Anschluss. Gerade eben, weil, wie du sagst, es war ja die ganze Zeit völlig klar, auf wen es rausging. Und das ist dann noch so, nein, nein, wir machen das jetzt noch spannend. Komm, lass es uns noch zwei Sekunden rauszögern. Man sieht es dann, wenn er rausgeht, glaube ich. Ja, genau. Und das Geile war, wenn die Kamera dann auf das Whiteboard geht, du kannst lesen Lee. Genau. Und dann steht da, abum. Das ist halt ein Anwalt. Wenn er ein Arzt gestanden hätte, hätten wir es gar nicht lesen können. Method Acting, ja. Method Acting. Ich konnte wirklich, also Gott sei Dank hat der Lee in Großbuchstaben geschrieben, weil Adama konnte ich beim besten Willen da nicht rauslesen. Er hätte ja L.Adama wie auf dem Flightboard schreiben können, um den Namen abzukürzen. Da hätten wir gar nichts ablesen können. Wir suchen ein L.Adama. L.Adama. L.Adama, du bist neuer Präsident. Was? Ich bin hier draus. L.Adama ist. L.A. Anwälte und Ärzte schreiben wahrscheinlich einfach immer nur aus Haftungsgründen unleserlich. Damit wir immer sagen, nee, nee, das habe ich gar nicht gemeint. Das bedeutet eigentlich was ganz anderes. Ich wollte ihn ein Antibiotikum verschreiben und keine Hormontableten. Genau. Okay. Ja, wir können ja in der Schiene weitergehen, weil während die beiden da ja, also jetzt springe ich nochmal zurück, während die Namen draufschreiben, geht Lee ja auch in dem Quartier rum, stolpert über den Futternapf der Katze, und sagt, ah, füttern sie ihre Katze eigentlich nie? Wo man halt immer noch als Zuschauer angewiesen wird, vorgeschmissen bekommt, ah ja, die Katze, stimmt, die Katze, die ist ja noch am Leben. Und man hört sie auch immer miauen aus dem Koffer. Sieht ja auch eine Katze nachher rumlaufen, wenn Lampkin da sitzt. Und er redet mit der Katze, aber dann nimmt er den Koffer oder die Katzentasche und geht mit dir raus, wo du denkst, der hatte gerade überhaupt keine Zeit, die Katze da reinzutun. Und da war es für mich so, ach so, ah, das ist eine Illusion gewesen. Weil wenn er dann ja weggeht mit dem Katzenkoffer, wo irgendwas drin zu sein scheint, sucht er ja Lee Adama auf, um ihm die frohe Botschaft seines gefundenen Kandidaten zu überbringen. Ja, und am Anfang bei den Szenen, in den ersten Szenen, hätte man auch noch nicht darauf kommen können, glaube ich, weil man hätte die Szenen, wenn man die Katze sieht, das war so geschnitten, dass man auch denken hätte können, dass Lee die auch sieht, fand ich. Hinterher war es ein bisschen eindeutiger. Ja, am Anfang denkt man, okay, da ist sie gerade unter den Tisch gelaufen oder sonst irgendwas. Und unter dem Bett, bevor Lampkin geht, holt er ja auch irgendwas raus. Und da sieht man, so habe ich es auf jeden Fall verstanden, diese ganze Schatzkiste, die er hat an Dingen, die er Leuten geklaut hat. Ja. Und dann kommt ihm Lee entgegen, wenn er rausgeht und Lampkin bedroht Lee mit einer, was ist das für eine Waffe, vier schüssigen, vierläufigen Pistole. Das sah aus wie diese Ladykiller, die es früher mal gab. So eine kleine Pistole oder wie für eine Handtasche. Ja. Oder wie so Ladykiller. So Knallerbsen drin sind. Ach so. Ja, und sagt ihm, dass er, dass er der perfekte Kandidat ist. Er ist der Hoffnungsfunke für die Flotte und deswegen muss er sterben. Weil Hoffnung ist das Letzte, was diese Flotte noch gebrauchen kann. Die sind eigentlich schon seit Monaten langsam siechend auf ihrem Weg zum Tod. Ja, und das ging auch so ein bisschen in die Richtung, dass die, dass die Menschen es eigentlich gar nicht, gar nicht mehr verdient haben, oder? Weil sie seine Katze getötet haben. Ja, genau. Also Menschen sind alle schlecht und guckt auch mich an, ich habe doch auch meine Familie. Genau, ich glaube, das ist ja der eigentliche Punkt, weil er das von, auf sich bezieht oder von sich bezieht, weil er sich selbst Vorwürfe macht. Ja, und deshalb so gerade da auf dem Trip ist, dass es einfach alle nicht verdient haben. Woraufhin Adama erwidert, dass jeder, wirklich jeder, der in dieser Flotte ist, bestimmt mindestens einmal in seinem Leben oder in ihrem Leben eine Entscheidung treffen musste, wo es heißt, überlebe ich oder nicht. Oder mache ich was Fragwürdiges. Genau, oder. Wobei für Apollo was Fragwürdiges wahrscheinlich ist, ich habe den Müll nicht getrennt oder so. Ja, das ist eine Seitenspringerei mit Cara Trace. Ja, naja. Das ist doch verwerflich. Die erste Folge, wo er dann entscheidet, dieses Schiff abzuschießen, das ist ja immer so was, das hat man ja vor ein paar Folgen noch mal gesehen, dass es ihn schießt. Ja, ja. Die Olivia, genau. Und dass er die Folge des Schwarzmarkt gedreht hat. Auf jeden Fall scheint er ja den Romo überzeugen zu können, dass er jetzt mal runterkommen soll von seinem Selbstmitleids-Hors, Ross. Und dass jeder sein Los zu tragen hat, sein, ja, sein Los zu tragen? Ja, sein Los zu tragen. Das alte römische Sprichwort. Lose nach Athen tragen. Genau, genau. Aber geh nicht über Los. Lieber eine Eule auf dem Dach als ein Los in der Hand. Genau. Eine Niete in der Hand. Und er sagt ihm aber, er kann wirklich was verändern in dieser Flotte und er kann was bewegen und bla und jadda jadda und Lemkin fragt ihn, ob er darauf schwören würde und anscheinend macht er es, denn in der nächsten Szene schwört er auf, keine Ahnung, das Bibel-Äquivalent der Religion da. Dafür, dass wir in Staffel 4 sind, ist es ganz schön armselig, dass ich es Bibel-Äquivalent der Religion da nenne. Wie heißt das Ding, Ben? Das Buch der Bücher. Nein. Die heiligen Schriften. Die Schrift der Pythia, keine Ahnung. Das kommt ja immer darauf an, von welcher Kolonie die sind. Die beten ja quasi alle andere Götter an. Ja. Es gibt ja keine Bibel-Äquivalenten. Du hast wohl nicht richtig aufgepasst, Jan. Ja, es gibt mehrere Götter. Vielleicht war das auch die Verfassung. Was haben die? Diese primitiven, wilden. Vielleicht hat da auch jede Kolonie eine eigene Verfassung. Ach, egal. Auf jeden Fall ist der Admiral amused und sagt, na endlich, habe wieder einen Präsident. So sollte das sein. Und ich drehe jetzt zurück. Oh ja, aber das macht er ja nach dem Clash of the Titans. Ja, okay. Da müssen wir jetzt nochmal ausholen. Ja. Wir können auch, weil jetzt waren wir ja viel auf der Colonial One und so unterwegs. Jetzt können wir noch den Battlestar Galactica Plot abfrühstücken. Ja. Ich kam jetzt nur drauf, weil es dann nochmal eine Szene mit Apollo und der Dama gibt. Da können wir nachher nochmal drauf kommen. Ja, dann. Es geht ja alles los damit, dass der alte Mann bei Kottel auftaucht und ihn fragt, du sag mal, die Präsidentin, wie kann die denn eigentlich ohne weitere Therapie überleben? Der sagt ja, je schneller sie zurückkommt, desto besser. Sie ist außerdem, ihr Immunsystem ist geschwächt durch die Therapie. Übrigens, ich habe mir Gefangene six Mal genauer angeguckt und habe da was gefunden. Sie ist nämlich schwanger. Ja, und das erzählt, wo er das Wissen darum offenbart, dann der alte Mann seinem XO im Quartier, in seinem eigenen Quartier mit Holzschiffchen und Bibliothek und fragt ihn, du, du gehst doch öfter dahin. Ist dir da was aufgefallen? Du machst die Kameras aus, du schickst die Marines raus und dann sagt Tai schon, ja, ich foltere sie nicht, wirklich nicht. Adama meint, ja, das würde ich so gerne verstehen, aber sie ist schwanger, du Dummkopf. Tai weiß diese Schuld natürlich von sich. Adama sagt, was würde Alan plus, Alan hieß sie, ne? Ja, seine Frau, davon halten, dass du jetzt hier Zylonen vögelst und so weiter und so fort und dann prügeln sich zwei alte Männer. Neben einem Modellschiff. Und schmeißen sich über das Modellschiff. Ja, und ich fand diesen Spruch von Adama so wütze. Ja, so ein Metagag irgendwie. Der hat ja gesagt, wenn du wüsstest, wie oft ich das schon reparieren musste. Ja. Aber ich fand das irgendwie sehr befreiend. Für die beiden war es ja auch total befreiend. Die haben mal Dampf abgelassen, sitzen dann beide keuchend auf dem Boden oder hängen halb auf dem Sofa. Und dann sind die Grenzen wieder klar und das Problem ist quasi geregelt für die beiden. Jedenfalls war das mein Eindruck. Weil Tai fragt ja auch ihn, wie ist denn das bei dir mit Roslyn? Er benutzt da ja sogar Laura, also den Vornamen. Wie ist es denn bei dir und Laura? Dann meint Adama ja, er hat keine Ahnung, was er ohne sie jetzt machen soll. Und damit ist so wirklich alles gesagt. Und deswegen heißt die Folge ja auch so. Das erklärt uns aber der Anwalt. In der Szene, in der Adama diese Dinger unterschreiben muss, dass die Kapitäne keine Schuld tragen, wenn sie gegeneinander stoßen. Dann sagt er nämlich zu, dann geht es ja erst nochmal um dieses Feuerzeug. Wieso kennt er eigentlich das Feuerzeug? Ich glaube, da hatte dann Lee oder so schon mit rumgespielt. Hat er ja auch geklaut. Hat er es geklaut? Weil von da an Adama hat er ja die Knöpfe geklaut. Ist egal. Auf jeden Fall. Lee hatte davon erzählt. Und dann reden die über das Feuerzeug und dann sagt halt Adama so, das ist ja was für ein Quatsch, dass man das sozusagen als Talisman nimmt. Und da kommt dann irgendwie Lemkin dann auf den Spruch und sagt, sieh ne qua non, ohne dass es nicht geht. Also, es gibt irgendwie einen Punkt, wenn der überschritten ist, dann geht es nicht mehr. Und das ist jetzt der Punkt sozusagen für Adama, dass Laura Roslin weg ist. Und das sieht er ein. Und das wird dann in dieser Prügelszene nochmal aufgegriffen. Würde ich sagen. Ja, ja. Und deswegen entscheidet er sich ja dann auch, dass das, was er bis jetzt gemacht hat, dumm war. Also dieses, das war ja auch eine lustige Szene, weil war das nicht sogar auch Romo Lemkin, der in der, wie heißt das, Schiff der Präsidentin? In der Colonien Wollen sitzt und dann aus dem Fenster guckt und sagt, wollt ihr, fahrt da eigentlich irgendwo hin? Weil er dann, wo er dann wegfliegt. Und schwupp, einfach wegspringt vor allen Dingen. Die gesamte Flotte im Stich lässt. Genau. Und sagt dann Lia auch noch, wo fliegt er hin und warum sagt er uns nichts davon? Ja. Weil jetzt ist er mal auf der Seite der Zivilisten, die nie wissen, was der Admiral macht, weil er nicht ans Telefon geht. Genau. Und das, das sieht er, glaube ich, ein in, in dieser Szene, wo er mit dem Anwalt spricht. Und deswegen merkt er ja, dass das irgendwie Quatsch war, was er da gerade macht, aber dass er das macht, weil er jetzt diese Linie überschritten hat. Und deswegen schließt er da raus, dann muss ich das alleine machen und gefährde die anderen damit aber nicht. Denn was alleine machen, da müssen wir jetzt Laura Rossin suchen. Genau, weil er springt ja mit dem gesamten Kampfstern dahin und schickt einige Such-Viper und Raptor raus, die dann, weil sie, sie kommen ja in dieses Debriefeld, also in dieses Wrackfeld von, was, von der Schlacht zeugt, die vorher da stattgefunden hat. Und sie kommen ja auch erst dahin, weil sie die Navigationsdaten des Raptors ausgelesen haben, der plötzlich bei der Flotte aufgetaucht war. Also es ist ja dieser halb kaputte Raptor aufgetaucht bei der Flotte, dann ist ja ein anderes kleines Schiff, ein anderer Raptor dahin geflogen. Die haben sie angeguckt und haben den, den, den toten Gonzo gefunden. Und dann wurde ja der Navigationscomputer davon ausgelesen und die Galaktika ist dann weggesprungen dahin. So, da haben sie dann den, so Überreste eines Basissterns gefunden, Überreste des Auferstehungsschiffs und auch kaputte Viper und so weiter und so fort. Rückschlüssen ist eben, dass es da zur Schlacht kam und neben den Aufständischen auch die, also den Aufständischen Zylonen auch die Crewmitglieder der Galaktika im Kampf eingegriffen haben. Und Tai sagt noch, das war's, der Basisstern ist zerstört, aber Adama sagt aus irgendeiner Überzeugung, nee, die sind weitergesprungen, die sind weggesprungen. Aus der Überzeugung, weil das so sein muss. Genau, genau, weil es eben, es geht nicht anders. Sine qua non, ja. Und er hat ja noch das Buch gefunden aus dem Raptor, das er Roslyn geschenkt hatte. Und daran erkennt er ja auch, dass das der Raptor war und vielleicht an dem toten Piloten da drin, in dem Walter und die Präsidentin waren. Verrückt, ne? Ach nee, Moment. Stimmt, jetzt beginnen sie erst mit der großen Suchaktion, ne? Jetzt springen sie ja zurück. Und dann fängt ja Adama an, alles, was er quasi noch an Mitteln hat, zu nutzen, um in alle möglichen Richtungen nach dem verschwundenen Schiff zu suchen. Das war gar nicht vorher, das war jetzt. Genau, was Cara Trace auch offen beanstandet, weil sie ja als Keck sagt, das kann sie nicht machen, bei den Raptor-Piloten und den Viper-Piloten, die einfach in alle Himmelsrichtungen wegschicken, bei der imminenten Gefahr, die ja eigentlich immer noch droht. Sonst wäre es da ja nirgendwo zur Schlacht gekommen wäre, nicht in der Nähe Krieg. Ja, und dann sagt sie ja auch noch so, und jetzt bitten sie mich auch noch das zu tun, dann sagt er nur, das war keine Bitte. Ja, genau. Dann war die Diskussion beendet. Und da steht er ja nachher oben auf der Gangway und schaut runter in den Hangar, wo sich eben Crew-Mitglieder voneinander verabschieden, weil sie jetzt auf diese Späh-Missionen gehen, diese Patrouillenflüge. Und da ist es ja auch, wo Romo ihm plötzlich neben ihm auftaucht und ihm diese Kladder hinhält. Ja, und dann kommt tatsächlich schon das Ende, oder? Die Verabschiedungen. Ja, auch. Dann bleibt er halt zurück und fängt an zu lesen. Genau, denn er hat das Buch wieder mit und liest jetzt vielleicht das Ende, was er noch nie gelesen hat. Wer weiß. Ja, aber es kommt ja vorher noch mit Abstand. Also, ja, ich weiß nicht, ob die beste oder die zweitbeste Szene wieder mit Tai, wo er im Büro ist und seine Rangabzeichen abnimmt und sie Tai überreicht mit den Worten, Du bist nicht mehr der Mann, der auf den Planeten gegangen ist. Du hast dich verändert. Und Tai ist so halb weggedreht und macht die Augen, das Auge fiel mir ganz groß und vollzieht den Mund so. Und dann scheint es, als würde ihm einsickern, fuck, ich habe jetzt das Kommando über den Kampfstern und ich bin Zyulon. Ja. Und das fand ich einen sehr lustigen, aber auch sehr intensiven Moment. Und dann zieht er sich die Pilotenuniform an und entwickelt sich zu Husker. Er entwickelt sich weiter zu Husker. Adama entwickelt sich weiter zu Husker. Ja, sein alter Rufname, das kennen wir ja schon. Genau. Und so wird er dann auch gerufen, wenn er vom CAC, nee, vom CAC nicht, vom CIC ausgerufen wird. Ja. Aber was man noch sagen könnte, er hat ja Tai quasi noch zwei letzte Befehle gegeben. Einmal soll er natürlich die überlebenden Menschen zur Erde bringen, für den Fall, dass Adama nicht zurückkommt. Und er soll Athena ihre Tochter wieder bringen. Ja, genau. Genau. Weil Familie sollte zusammenbleiben. Und jeder braucht eine Familie. Die große Frage ist jetzt, wie das umgesetzt wird. Kommt jetzt das Kind in die Brick oder kommt Athena raus? Das Kind kommt in die Brick. Da sieht man zumindest, dass sie das Kind in der Zelle hat. Ja. Dann singt sie ihm. Ihr doch das Lied. Ja, stimmt. Kinderknast. Kinderknast mit Michael. Wieso musste ich da auch gerade dran denken? Okay, wir haben Folgentitel. Meine letzten Worte sind schon mal klar. Okay. Mir ist gerade noch aufgefallen, was Husker heißt auf Deutsch. Ich habe das mal übersetzen lassen. Shell-Maschine. Oh Gott. Passt total gut. Ich wäre ihm vor, mit so vorgeschobenem Oberkiefer und unten drehst du so eine Kartoffel lang. Egal. Ja. Ja, und er bleibt zurück. Alle springen um ihn hin, in den, äh, wohin auch immer. Es gibt ja keinen Hyperraum in Battlestar. Und er setzt sich, äh, die Brille auf und fängt an, Searider Falcon zu lesen. Oh, korrekt. Und dann fährt die Kamera so richtig schön von dem Raptor weg und diese gigantische Größe des Raumes um ihn rum wird erstmal greifbar. Ja. Ich sehe es. This is it. Traurig. Es gibt ja noch, also vielleicht die, die Verabschiedung von Kara und von Lee war noch ganz cool. Wenn, wenn der alte Mann den Raptor bis steigt. Sie sollen das Licht für ihn anlassen. Ja. Das war auch ein schöner Satz. Wenn das nach Hause kommt. Und zu, zu, äh, Kara sagt er ja wirklich immer diesen einen Satz, oder? Nothing but Rain. Genau. Und dann lass die Katze mal aus dem Sack oder sowas. Na, die ist doch tot. Ja. Aber auf der deutschen Übersetzung ist doch dann irgendwie, dann bringt die Katze ins Trockene oder sowas. Oder sowas, oder? Oder was mit Katze. Sind das nicht Schäfchen? Ja, aber sie sagt die Katze. Da hattest du dich doch beim letzten Mal schon drüber, drüber, äh, belustigt, als ich das mal im Vorfeld eingespielt hatte. Oh, das habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht mehr, was er auf Englisch sagt. Ich habe die Folge auf Deutsch geguckt. Ich sage auf Englisch, ich habe es nicht ganz verstanden, äh, what do you see? Das würde mich wundern. Nothing, nothing but Rain. Ja, das kommt ja danach erst. Mit der Katze. Ach so. Ja. Das ist ja dann die Erwiderung wieder nichts außer dem Regen. Und dann, dann bringt die Katze mal ins Trockene. Und da sagt nämlich nicht Schäfchen, sondern die Katze. Hm. Hm, da habe ich mich noch gar nicht verstanden. Ja, ist vielleicht von Biff übersetzt, von Zurück in die Zukunft. Und wir haben natürlich den wichtigsten Punkt vergessen. Keiner hat dran gedacht. Der da ist. Romo Lampkin hat den Hund bekommen. Natürlich. Ah ja. Den Hund kennen wir den schon. Den Hund von Neu Caprica, dessen Napf immer das geheime Symbol war. Er ist ein Widerstandskämpfer. Ja. Ich dachte, der hätte schon. Dann habt ihr das, ihr habt mir damals gesagt, er hätte diesen, das wäre schon sein Hund, habt ihr damals erzählt. In der Folge mit Romo Lampkin. Ihr habt gelohnt. Wenn du dich so erinnerst. Ja. Ihr habt gesagt, er hat auch noch einen Hund. Und zwar ist das der Hund mit dem Napf. Dann hatte der. Ich hatte das nie gesagt. Wenn das Besondere mit der Katze tot ist. Sonst kann sich niemand an sowas da hin. Nee. Ich habe den Hund gesehen und dachte, oh, guck mal, Lee hat sich einen Hund geholt, jetzt wo er Präsident ist. Erst habt ihr gesagt, ich hätte keine Ahnung, weil ich gesagt habe, irgendwas ist doch mit dieser Katze. Und dann habt ihr mir auch noch aufgeschwärzt, er hätte diesen Hund schon gehabt. Aha. Moment, ich kann es dir gar nicht gesagt haben, weil ich die Folgen ja jetzt gar nicht mehr kenne. Ich glaube, das war Ben. Das war alles Ben. Ich bin wegen Unwichtigkeit raus. Ich habe bestimmt gesagt, dass wir den Hund noch bekommen. Ja, bestimmt. Siehst du? Aber du hörst mir ja nie zu. Wie immer. So war es. Ja, ja. So war es. Gut. Wir können das ja nachhören. Glücklicherweise. Ja. Ich suche das mal kurz raus. Wenn ich Unrecht habe, dann drückt es einfach weg. Ich suche die Folge jetzt raus. Ihr könnt ja in der Zeit noch ein bisschen reden. Zum Beispiel über das Buch Searider. Wie hieß das? Searider Falcon. Gibt es das in Wirklichkeit oder ist das in der Erfindung von Battlestar? Ich glaube, das ist in der Erfindung. Ich kenne es nicht. Warum nicht? Aber ich kann mal auf den Link klicken. Ja, ich auch. Searider Falcon. Also es scheint was Eigenes zu sein. Ja. Das ist anscheinend kein richtiges Buch. Toll. Ich wollte mir das jetzt kaufen. Es scheint ja gut zu sein, wenn er das immer wieder liest. Aber nö. Das erste, was man auch kriegt, ist Searider Falcon. An Adama Roslyn Shipperrand. Okay. Den Blogantrag lese ich. Also kein echtes Buch. Ich habe es in der Zwischenzeit rausgefunden. Es ist Zölonsender 56 mit dem Titel Sprichwort Alarm. Da geht es um die Verhandlung von Gaius Balta und Romo Lemkin. Ist da sein Anwalt und ihr habt mir alles mögliche an Müller erzählt über Romo Lemkin. Ich glaube, ich habe euch kein Wort mehr. Warte mal ab, wenn der Vogel kommt. Wir haben dir bestimmt auch gesagt, dass er in der Folge hier zum Präsidenten ernannt wird. Der Hamster, genau. Jetzt bekommt er erst den Hund. Ihr habt mir jetzt die Augen geöffnet. So kann man mich vertrauen. Aber er ist ein süßer Hund. Ja. Völlig auch lustig. Wenn es eins mehr gibt, was ich mehr hasse als Katzen, dann sind das Hunde. Ja. Viel Spaß dabei. Ja. Haben wir nichts vergessen, oder? Wir haben nichts vergessen. Ich lese mir gerade nur noch den Artikel zu Z-Rider Falcon durch. Wahrscheinlich habt ihr mich wieder angelogen, was das Buch angeht. Was gab es denn eigentlich letztes Mal zum Essen? Was? Guess what's coming to dinner. Ich war letzte Folge ja nicht da. Ja, dann musst du dir die anhören. Hast du die Episode wohl noch nicht angehört? Nein, nein, nein. Aha. Ich wollte es jetzt von euch hören. Wenn die jetzt schon veröffentlicht wäre, werden wir dir böse. Aber wir haben doch Anfang Dezember. Ach, verdammt. Ja. Ja. Nee, Quatsch. Heute ist der 16. Dezember. Dann läuft ja Star Wars. Halt. Halt. Gut. Kommen wir zur Bewertung. Da wird es vielleicht auch einen Impulssender zu geben. Nein. Star Wars ist scheiße. Okay. Wer hat denn eben angefangen? Ich bin auf jeden Fall als letzter. Ja, sonst ist ja noch nichts festgelegt. Fang ich mal an. Du musst Tim wohl anfangen. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, nicht angefangen. Ich habe angefangen, glaube ich. Sehr gut. Dann bist du Zweiter. Ich gebe der Folge, soll ich jetzt erst ein bisschen erklären oder erst den Punkt geben? Der steht eigentlich schon fest, aber ich habe keine gute Begründung. Schade. Ich gebe der Folge solide 8 Punkte, weil sie mich sehr unterhalten hat. Ich fand Romo Lemkin wieder gut. Ich fand, also ich fand alle Handlungsstränge interessant. Mich hat keiner genervt. Ich fand auch die Geschichte mit Apollo, ja, das war ja die Lemkin-Handlung. Aber ich fand auch eben Adama und sein Tun interessant. Ich gebe ihr 8 Punkte. Punkt. Das hast du nicht angehört, als dünnest du mit dem Blatt Papier von der gesamten Klasse und hättest dich gut verraten. Wir möchten sein Aufsatzvortrag. 8 Punkte, weil ich sie mochte. Am Anfang geht ein Mann einen Gang entlang. Ja, warte mal, bis du dran kommst. Das hat er sehr gut gemacht. Ja. Ja, am Ende. Jetzt kommt aber erst Ben dran. Ich? Nee, Ben. Ach so, okay. Also, ah ja, Moment, warte. Ah, okay, da ist er, okay. Ja, ich bin bei Tim. Ich gebe der Folge auch 8 Punkte. Ich mag die Folge tatsächlich. Ich konnte mich noch relativ gut an die erinnern. Auch an diesem Prozess, wie sie den Präsidenten finden, den Neuen. Es gibt relativ wenig, was mir da nicht gefallen hat. Also, ich mochte die letzte im Gegensatz zu euch jetzt nicht so gerne. Aber bei der hier bin ich wieder mit dabei. Und ich mag eigentlich auch sehr gerne Romo Lampkin. Also, ja, vielleicht sollten Neuen. Nee, Neuen finde ich ist zu viel. Also, ich gebe der Folge 8 Punkte. Und, ähm, bin froh, dass wir Gonzo endlich losgeworden sind. Gonzo war der im Rap, da? Ja. Ja. Jo. Dann Phil. Ja, ich, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich wie ihr. Also, ich, ja, das ist, ist eine, ist eine sehr solide Folge mit wenig Schwachpunkten. Nicht überragend, aber, aber, ja, irgendwie. Hat schließlich gemacht, man langweilt sich wenig. Auch wenn ich mir seinen Namen nie merken kann, finde ich diesen Anwalt auch, ähm, finde ich ein guter Charakter, finde ich schön, dass der irgendwie nochmal einen Auftritt gekriegt hat. Vielleicht, vielleicht findet er ja nochmal irgendeine Verwendung für den. Und deshalb sind das 7 Punkte. Okay. Dann, last but not least. Ja, solide, ich finde, 7 ist doch, 7 ist doch genau so, ja, ist alles, ist alles ordentlich, aber nicht überragend. Aber du kannst nicht noch einen Punkt für Romo Lemkin rausholen? Nö, also, so essentiell war der jetzt in der Folge auch nicht. Der hatte, waren nette Auftritte, aber. Er hat eine Sonnenbrille auf. Nö. Nö. Im Weltraum. Jan, beende das bitte. Ähm, ich kann euch bei vielen Sachen zustimmen. Möchte das auch. Ich fand aber diese, also irgendwie alles, was mit Li Adama zu tun hat, finde ich mittlerweile zu glatt. Irgendwie mag ich den Lullabubi nicht. Und auch die ganzen Szenen mit ihm fand ich besonders. Mittlerweile. Jetzt in Staffel 4 findest du ihn zu glatt. Ja, wahrscheinlich liegt es an seiner Versur jetzt. Aber er war doch schon immer so. Und wie er in Anzügen ausschaut. Ja, das Ganze. Nee, äh, nee, ich mochte ihn immer schon nicht. Und alle Folgen mit ihm sind nicht so, äh. Aber die Folge hat durchaus ihre Stärken. Und das ist zum einen, ähm, die, die, äh, Vortreibung der Handlung. Die Vortreibung. Also mit, äh, die, 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 äh, wie nennt man denn was, wenn was voran, Vorantreibung. Das Vorantreiben der Handlung. Ich habe heute wirklich Wort, Wortfindungsschwierigkeiten, weil ich einen sehr langen Arbeitstag hatte. Wie dem auch sei. Ähm, die, 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 die Explosion der, der Charaktere, deren Zusammentreffen aufeinandertreffen und das darauf, daraus resultierende starke Weiterentwickeln. Also alles das, was in dieser Folge passiert mit, ähm, einer wird zum Präsidenten ernannt, auch wenn das alle schon wussten. Ein Anwalt wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, aber kann sich auch von ihr lösen durch einen Hund. Ähm, einer wird befreit dadurch, dass er sich die Admiralsplakette abnimmt und sich in einen Raptor setzt. Weil, weil es, halt, weil er an einen Punkt kommt, wo er nicht mehr so weitermachen kann wie, wie jetzt. Und ein anderer kriegt die Admiralsplaketten und wahrscheinlich, das ist meine Interpretation, wird das auch viel mit, mit Tai machen, weil er, und dessen bin ich überzeugt, dass er nicht mehr so ein Debakel anstellen wird, wie unter seinem ersten Kommando. So, und all das gibt mir eigentlich das Verlangen, neun Punkte zu geben für eine richtig gute Folge mit richtig guter Schauspielerei. Aber irgendwie war die Zarek-Adama-Zeug so ein bisschen abgeödet, dass ich auf acht Punkte zurückfalle. Letzte Worte. Also Zarek, äh, Lee. Letzte Worte. Ben, weißt du deine letzten Worte noch? Äh, Kinderknast mit Michael. Aber ich fang ja an. Ja, tut mir leid, aber jetzt sind sie schon gesagt worden. Ich sag Shell-Maschine. Will, die mit der Katze. Tanzt? Nein, was? Die mit der Katze. Tanzt. Nein, nein. Das ist ja Unsinn, da kam doch Kevin Costner gar nicht vor. Das ist Unsinn, okay. Die mit der Katze. Dann, äh, Phil. Äh, der... Mario. Maddin. Dann, dann, dann Maddin. Dann Ben. Jan. Nein. Ach, mach das jetzt nicht. Also. Ja. Soll ich? Die Katze ins Trocken. Du kannst ja schon mal einen Abspann anrollen. Ich mach schon mal. Ich mach, äh, ein Husky im Weltall. Sehr schön. Dann haben wir jetzt alle möglichen Tiere. Nein, ein Husky. Husky. Das passt auch gut wegen Husker und Hund. Das ist super. Das ist so unterschwellig. Sonderer Art von Ski. Das ist unterschwellig. Das ist cool. Das wäre superschwellig. Unterschwellig, schwellig und superschwellig. Super. Dann sollen wir doch mal nach Pornos gucken. Ja, dann würde ich doch sagen, wir beenden das Ganze, bevor die Musik richtig anfängt. Tschau. Tschüss. 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 Übrigens habe ich diese Pistole, die Lamp Kim benutzt. Die kam mir irgendwo ja bekannt vor. Und tatsächlich wurde sie ja auch schon benutzt. Echt? What? In welchem Film? Also, ich hab das ja reingepostet. Stallion. Stallion ist ja diese Pistole. Und die wird da dem Lee an den Kopf gehalten, auch in Zusammenhang mit Zarek und so weiter. Von Dexters Vater. Ja. Ah, guck mal. Ja, wollte ich auch schon sagen. Das ist ja Dexters Vater. Genau, das war das. Ja. Interessant. Und warum hat Romo die jetzt? Weil der die geklaut hat. Ja, kann doch sein. Das wäre der schöne coole Zusammenhang. Das war auf Kobol, oder? Die Szene. Ja, außerhalb dieses Tempels, genau. Ach. Jetzt haben wir nicht gesagt, dass die Folge auf IMDB 7,8 Punkte hatte. Verdammt. Oh, gut. Das haben wir doch ja wahrscheinlich dann ziemlich, das haben wir doch ziemlich genau getroffen. Wahrscheinlich, weil eine 7 und wieder 8. Mit 7 und 3 mal die 8. Ja. Das können wir sofort ausrechnen. Guck mal. 3 mal 8 durch 7. Quatsch. 3 mal 8 durch 7. Oh Gott. 3 mal 8. Das kann ich dir so sagen. 7,75. 3 Viertel. Ja, aber da hätte ich auch drauf kommen können, hätte ich das mal im Kopf gerechnet. Wow. Ja, das ist ungefähr genau das. Ja, das rundet man ja dann auf 7,8. Genau. 7, ja, genau. Naja, wenn es 3 mal 8 und 1 mal 7 ist, dann... Hast du sozusagen gekürzt und aufge... Wie nennt man das, wenn man das Gegenteil macht von kürzen? Da hast du recht. Erweitern. Erweitern? Du hast den Bruch erweitert. Das kann aber ganz schön wehtun. Mediziner-Witz. Ich habe kürzlich gelernt, meine Eltern haben mir als Kind immer erzählt, dass man ja viele Karotten essen muss, weil das ist gut für die Augen. Ja, genau. Jetzt habe ich gelernt, woher diese Geschichte kommt. Das ist eine Lüge, die sich die Briten im Zweiten Weltkrieg aufgedacht haben, um zu vertuschen, dass sie an ihren Flugzeugen, die nachts unterwegs waren, funktionierende Radars hatten. Und deshalb haben sie einfach erzählt, dass ihre Piloten so viel besser sind als die Deutschen nachts, weil die so viele Karotten essen. Okay. Wow. Krass. Das ist dann noch ein bisschen lustiger als Spinat, weil das ja auch aus der gleichen Region kommt. Wobei das ja nur ein Fehler war irgendwie. Ja, das war ja unbeabsichtig. Aber das war sehr, sehr erfolgreiche Kriegs-Propaganda. Krass. Esst alle Karotten. Das hat doch sogar bis in dem Film hier Wie heißt der? Shoot him up? geschafft. Wo der Typ die ganze Zeit nur Karotten ist. was jeder weiß, dass wenn man genug Karotten isst, dann ist das gut für die Augen. Und deswegen ist der amerikanische Präsident jetzt orange. Genau. Gut gemacht, Tim. Shoot him up Carrot Gif. Das glaube ich auch. Guck mal, in Shoot him up wird sogar jemand von einer Karotte um oder mit einer Karotte umgebracht. Das haben die Briten aber nicht gesagt. Wenn du mehr Karotten isst, kannst du viel effektiver Nazis töten. Hey! Wisst ihr auch, wo dran in den ersten ich glaube in den ersten sechs Kriegsmonaten des zweiten Weltkriegs die meisten Briten gestorben sind? Die meisten Soldaten oder die meisten Briten? Briten. Am T? Nee. An Unfällen, weil sie alles verdunkelt haben, damit die Deutschen die Ziele nicht finden. Damit die nicht bombardieren können. Genau. Shit. Hätten sie mal mehr Karotten gegessen, ne? Die hätten sie mehr gesehen, ja, richtig. Aber der Film ist auch sehr, sehr lustig, sehr kurzweilig. Ja. Falls ihr ihn noch nicht kennt. Geht das wirklich, wenn man eine Karotte in den Mund haut, dass die hinten aus dem Kopf wieder rauskommt? Vielleicht hat er die aus dem Gefrierfach geholt. Oder ist ein Nagel drin? Das könnte sein. Ich habe letztens so eine Geschichte gelesen vom Typen, der hat ihm wurde gesagt, die Enten von so einem Chickenwing, die schmecken besonders gut, die sind so knusprig. Hat er gegessen, runtergeschluckt und hat das sich irgendwie verhakt. Er meinte, man hat das mit Wasser und so weiter runtergespült. Also am nächsten aufgewacht und am nächsten Morgen aufgewacht, hatte Halsschmerzen wie Hölle. Nee, hatte aber so einen Hals wie diese Knusperfolie. Weißt du, wo überall so Luftpocken drin sind? Diese Isolierfolie. Und dann hat sich herausgestellt, dass er damit seinen Hals oder seine Röhre perforiert hat und es kam Luft dahinter quasi zwischen Fleisch und Speiseröhre, die natürlich alles andere als steril ist und so weiter und das ist angeblich super gefährlich. Und da habe ich gedacht, oh Gott. Und dann jetzt habe ich Angst vor Chicken Wings. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht verstanden, dass er Enten von Chicken Wings ist. Enten? Das sind doch Hühnchen. Ja, die Enten. Ja, ich habe es ja inzwischen auch verstanden. Ist okay, meine Aussprache ist auch nicht ganz gut, weil ich ein bisschen verschnupft bin. Das nennt man Aachener Sing-Sang. Ich habe das schon verstanden. den habe ich manchmal im Jahr, wenn ich krank bin. Aber ich bin nicht krank, ich werde auch nicht krank. Gut, sehr gut, sehr gut. Schlag auf Holz. Uber hat im ersten Quartal 2019 einen Verlust von 5,2 Milliarden Dollar gemacht. Im ersten Quartal. Und? Ich verstehe auch nicht, wie Uber... Ich verstehe immer nicht, dass da immer nochmal Leute kommen und nochmal Milliarden hinterher schießen, weil die machen jedes Jahr Milliardenverluste. Deswegen heißt es ja Risiko-Kapatil. Kapatil. Ja, dann ich bin auch ein Risiko. Dann soll ich mir Geld geben. Ich kann das genauso gut vertreten. Ich kann auch essen und durch die Gegend fahren. Ich finde das nicht in Ordnung. Aber jetzt auch in Deutschland. Aber es gibt ja jetzt auch, was früher MyTaxi war, heißt jetzt plötzlich Drive Now, was völliger Quatsch ist, weil man es nicht findet. Und die haben jetzt auch so ein Privatfahrten Dings da. Das habe ich in Köln auch schon mal ausprobiert. Und ich glaube letztendlich sind das die gleichen Leute, die auch sonst das Taxi fahren. Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe das eh nicht so richtig, weil du darfst in Deutschland doch gar nicht... Weil man Personenbeförderungsschein braucht. Ja, du darfst ja nicht einfach gewerblich Leute durch die Gegend fahren. Genau, ich habe aber dann mit so einem Taxifahrer geredet und der hat gesagt, das gibt es eigentlich schon immer, das nennt sich Funkwagen oder... Ach, Funkmietwagen. Funkmietwagen, genau. Richtig, habe ich ja auch schon gesehen, jetzt wo du es sagst. Ja. Ich habe am Wochenende gelernt, wo jetzt die E-Scooter ja auch alle in Deutschland sind, mit aber da ja Nummernschildern, dass sie aufgrund der Nummernschilder nicht in öffentliche Transportmittel mitgenommen werden dürfen. Das heißt, du hast so einen Scooter... Weil es Kraftfahrzeuge sind. Ja. Willst deine berühmte letzte Meile machen, darfst sie aber nicht mit in den Zug nehmen. Wen darfst du Die Leute, die ihre Fahrräder mit in die Straßenbahn nehmen, die regen mich auch rauf. Ja, aber die darfst du mitnehmen, weil sie kein Nummernschild haben. Ja, aber die brauchen auch zu viel Platz in der Straßenbahn. Ja, diese Scooter, die kannst du ja zusammenklappen, die brauchen ja sogar noch viel weniger. Die könntest du unter den Sitz schieben. Und die haben ein Nummernschild? In Deutschland müssen die ein Nummernschild haben. Aber die, die in Köln dann soll sich doch jemand aufregen, wenn du das zusammenklappst und unter den... Ich hab grad... Ja, das Ordnungsamt wird sich aufregen und dir halt einen Strafzettel geben. Gott sei Dank. Kann man da nicht einfach ein Tuch drüber hängen? Eine braune Papiertüte Sie haben mitgenommen. Wo ist der? Ich weiß nicht, was hier ist. Der war eben noch hier. Eben war der noch da. Außerdem haben sie eine Flasche hochprozentigen genommen. Nö, hier ist nur diese braune Tüte. Na gut, aber wir beobachten sie. Jetzt siehst du hier eine Kapuze über. Wo ist er hin? Wo ist er hin? So eine Papiertüte über den Kopf. Mit einem großen Fragezeichen.